Lagerbrief Fortin 2006 Bier Hababa Geile Wohnung und mehr Umgang durch die Wohnung Simon Pentil Peter Patrick Andi Sörn Gummibot Küche Kühlschrank Oh, im Moment relativ wenig Bier drin Überall leer Bierflaschen Volle Bierflaschen Einmal im zweiten Stock Hier Hier pennen Tobi und ich Tobi und ich Das ist das ehemalige Bett Das ist aber zusammengebracht Dienst als Abladenplatz für alte Klamotten Und die Anlage Leposthenfenster Einmal im Fenster Ja Jetzt gehen wir ins Bad Hier ist unser Gart Ich mach mal kurz Licht an Wir haben Dusche Wir haben Badewanne Spoiler, wir haben warm Wasser Und eine Toilette Wir haben nie Klopapier Das ist Zufall, dass die hier ist Ah Achja Unser Flur Mit den anderen Wohnungen Ist hier Hinten ist Pauls Zimmer Das Zimmer daneben Das Zimmer von Charlene und Co Und hier ist unseres Ich geh jetzt mal mal teilsen